Als ich damals 13 Jahre alt war, wollte ich unbedingt programmieren lernen. Ich hatte Ideen für eigene Spiele, die ich gerne bauen wollte, wollte Webseiten bauen, Software bauen und mich hat das ganze Thema einfach total fasziniert. Das große Problem, ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Ich hatte damals auch kein YouTube, ja, damals als ich 13 Jahre alt war, das ist über 20 Jahre her, da war das Ganze noch nicht so verbreitet und ich bin damals einfach in einen Buchladen gegangen. Habe den Buchhändler gefragt und er hat mir so ein Riesenbuch gegeben über die Programmiersprache C und das Ganze hat hinten und vorne leider überhaupt nicht funktioniert und ich habe wirklich sehr lange gekämpft, bis ich Programmieren gelernt habe. Da ich jemand bin, der nicht aufgibt, habe ich es dennoch geschafft, als Schüler programmieren zu lernen und das Ganze auch auf einem ziemlich hohen Level. Ich habe damals dann meine eigenen Spiele gebaut, schon als Schüler und hatte da auch viele Spieler, die das Ganze mitgespielt haben und das Ganze hat dann doch mit sehr viel Arbeit gut funktioniert. In diesem Video möchte ich dir allerdings die Abkürzung liefern. Ich möchte dir den meiner Meinung nach besten Weg zeigen, um Programmieren zu lernen und vor allen Dingen auch, um sich vorzubereiten, um später vielleicht sogar einmal in dem Bereich zu arbeiten. Da kannst du nämlich jetzt als Schüler bereits die richtigen Weichen stellen. Falls du mich übrigens noch nicht kennst, hi, mein Name ist Yunus, ich bin Programmierlehrer und mit der Developer Akademie bringen wir Quereinsteiger in den ersten IT-Job. Neben den Quereinsteigern schreiben wir aber auch bestimmt jeden Tag 20, 30 Prozent an Schülern und für die Schüler haben wir bis jetzt noch nie etwas Großes gemacht. Ja, da habe ich jetzt auch noch eine Ankündigung am Ende des Videos, aber jetzt würde ich sagen, legen wir erstmal los mit den Tipps, die du befolgen solltest, damit du möglichst schnell programmieren lernst und hier möglichst schnell reinfindest. Und eine Sache noch, großartig, dass du als Schüler bereits an deine berufliche Zukunft denkst und jetzt bereits etwas Sinnvolles für die Zukunft lernen möchtest, anstatt den ganzen Tag nur vorm Computer zu sitzen, um Computerspiele zu spielen, was ja auch viele Schüler machen. Den ersten Fehler habe ich dir bereits am Anfang des Videos genannt, den ich niemals wieder machen würde und zwar das Lernen mit Büchern. Bücher sind einfach nicht das ideale Medium, um programmieren zu lernen und das liegt daran, dass du als Programmierer 80 Prozent deiner Zeit keinen Code schreibst, sondern 80 Prozent deiner Zeit dafür sorgst, dass dein Code funktioniert. Du hast normalerweise Fehlermeldungen, es klappt alles einfach nicht und du musst dieses Rätsel lösen. Debugging ist hier ganz, ganz, ganz wichtig und das wird in Büchern nie ausreichend beschrieben. Das liegt einfach am Medium. Du musst jemanden wirklich auf den Bildschirm gucken können, um zu gucken, was die einzelnen Schritte sind und wie jemand dabei vorgeht. Hinzu kommt auch noch, dass sich Programmiersprachen super schnell ändern und dass man deswegen in Büchern meistens nicht up to date ist und dass viele Sachen aus den Büchern nicht mehr funktionieren. Und wenn du dann etwas aus dem Buch ausprobieren möchtest und das klappt nicht aus diesen Gründen, dann macht es einfach nicht so viel Spaß und viele Leute verlieren dann schnell die Motivation. Deswegen nicht mit Bücher lernen, besser mit Videos als Grundlage lernen und dann so viel wie möglich selber Coden und Wege finden, um den Code zum Laufen zu bringen. Ich kann dir jetzt schon sagen, YouTube, Google und ChatGPT werden definitiv deine besten Freunde werden. Fehler Nummer zwei, du musst mit der richtigen Programmiersprache starten. Egal, in welchem Bereich du später arbeiten möchtest, egal, ob du Spiele bauen möchtest, Webseiten bauen möchtest oder was auch immer, ich würde immer empfehlen, mit HTML, CSS und JavaScript anzufangen und zwar in genau dieser Reihenfolge. Ich habe damals mit C angefangen und das war ein Riesenfehler, denn C ist einfach eine Programmiersprache, die super kompliziert ist und vor allen Dingen auch eine Programmiersprache, die erst einmal nur auf so einer schwarzen Kommandozeile funktioniert. Da schafft man keine grafische Oberfläche und es dauert sehr lange, bis man Erfolgserlebnisse hat und das macht erst einmal nicht so viel Spaß. Bei HTML und CSS, da siehst du sofort, was du geschaffen hast. Und vor allen Dingen sind HTML und CSS auch fehlerverzeihend. Das heißt, wenn du einen Fehler machst und der Fehler jetzt nicht so gravierend ist, dann gleicht der Webbrowser das häufig aus und dann funktioniert dein Code trotzdem. Das ist bei C nicht so, da reicht echt das kleinste Zeichen, was du falsch gemacht hast und nichts klappt mehr und du kriegst sehr kryptische Fehlermeldungen, womit du nur sehr schwer etwas anfangen kannst, wenn du gerade Anfänger bist. Das heißt, am Anfang geht es darum, erst einmal schnell Erfolge zu erzielen, schnell irgendetwas zu schaffen, damit man die Motivation nicht verliert. Wenn man erst einmal monatelang nur irgendwelche Fehlermeldungen sieht und gar nichts checkt und nichts funktioniert, dann geben bestimmt 99 Prozent der Leute auf, denn es macht einfach keinen Spaß, immer nur Fehler zu haben und keinerlei Erfolgserlebnisse. Bei Internetseiten ist das anders. Deswegen würde ich damit anfangen. Erst einmal gut werden, erst einmal die grundlegenden Konzepte verstehen. Damit kannst du auch Spiele bauen und so weiter. Damit kannst du auch Apps bauen und später kannst du dann immer noch auf andere Technologien umschwenken, wenn du das dann möchtest. Der dritte Punkt, ebenfalls super wichtig, Motivation. Was ist deine Motivation? Das solltest du für dich einmal ganz klar definieren. Am besten nimmst du dir einfach mal einen Notizblock oder eine App, die das Ganze macht und schreibst dir mal so drei, vier Sachen auf, die du gerne lernen möchtest. Warum möchtest du programmieren lernen? Willst du Spiele bauen? Willst du kleine Hacks lernen? Möchtest du Skripte für Minecraft, Roblox und so weiter schreiben? Schreib es dir einfach auf und dann musst du anhand von diesen Infos entscheiden, was du denn jetzt genau lernen möchtest. Je nachdem musst du nämlich andere Programmiersprachen langfristig lernen. Wie gesagt, am Anfang würde ich eh mit HTML, CSS, JavaScript anfangen, aber später musst du je nachdem, was du machen möchtest, dich natürlich in eine andere Richtung entwickeln. Richtig gut wirst du erst, wenn du in diesem Bereich arbeitest. Darauf kannst du dich aber jetzt schon vorbereiten, indem du jetzt schon ein paar Weichen stellst, jetzt bereits erste kleine Tools, Games, Webseiten und so weiter baust, Schülerpraktika in dem Bereich machst und so weiter. Aber wie gesagt, schreib dir jetzt erst einmal auf, was überhaupt deine Motivation ist. Wenn du das alles gemacht hast, dann solltest du jetzt unbedingt anfangen. Ein weiterer Fehler, den sehr viele Leute nämlich immer machen, ist, dass sie zwar Videos gucken, noch mehr Videos, noch mehr Videos, auf TikTok durchscrollen und so weiter, aber nicht einfach mal starten. Am besten startest du noch heute, wenn du das noch nicht gemacht hast. Fang einfach mal an, beispielsweise auf diesem YouTube-Kanal hier, irgendein Tutorial zu machen. Das, was für dich am interessantesten aussieht. Das, was nach Spaß aussieht. Das, wo du Lust drauf hast. Ja, das ist super wichtig, denn einen ganz großen Teil beim Programmieren lernen macht einfach Motivation aus. Und wenn du auf etwas richtig Lust hast, dann bist du super motiviert. Das ist auch der Grund, warum man vielleicht bei manchen Schulfächern oder bei manchen Lehrern einfach nicht so Lust hat, ja, weil die Motivation fehlt. Und das versuche ich natürlich in allen Tutorials anders zu machen. Aber wenn du jetzt siehst, okay, da entwickelt der ein Jump-and-Run-Spiel, da habe ich total Lust drauf. Da entwickelt der, keine Ahnung, irgendeinen Kryptografie-Algorithmus nicht so Lust drauf, ja, dann ist es ganz klar, dass das einfach deutlich mehr Spaß macht. Also, wenn du das noch nicht gemacht hast, das ist der erste praktische Schritt, den du jetzt machen solltest und das am besten gleich nach diesem Video hier. Erstmal zwei, drei Tutorials auf YouTube raussuchen. Gerne auf unserem Kanal. Wir haben da sehr viele tolle Anfänger-Tutorials und diese durcharbeiten. Ja, das heißt wirklich nachprogrammieren. Nicht einfach nur angucken, sondern genau das machen, was ich in dem Video auch mache. Und wahrscheinlich werden auch da ein, zwei Sachen nicht funktionieren, weil du dich verschreibst, weil die Software sich geändert hat, ja, weil du irgendwo einen winzigen Fehler gemacht hast und da dann ansetzen und da versuchen, das Ganze zu lösen. Mit Google-Recherche, indem du den Code nochmal durchliest, vielleicht in Chat-GPT reingibst und fragst, hey, was habe ich da falsch gemacht und so weiter und so fort, ja. Und das ist das, was dich am Ende wirklich zum Programmierer macht. Wenn du das gemacht hast, dann beginnt auch schon der nächste Schritt, eigene Projekte bauen. Wenn du zwei, drei Tutorials nachgecodet hast, dann versuch einfach mal, aus diesen Tutorials etwas Eigenes zu machen. Das heißt, wenn beispielsweise ein Tutorial für eine To-Do-Liste irgendwo ist und du hast das durchgearbeitet, dann versuch mal, ein eigenes Projekt daraus zu machen, ja. Vielleicht für irgendein Spiel, wo du was speichern musst, ja. Wenn du Minecraft-Spieler bist, vielleicht irgendwie die Lieblingsdinge aus deinem Inventar, vielleicht kannst du eine Einkaufsliste, eine Sportliste, was weiß ich, bauen. Einfach das, was dich fasziniert, was dir richtig Spaß macht, das solltest du machen. Und mit dem Tutorial, was du durchgearbeitet hast, wirst du garantiert schon zehn Ideen haben, was man damit auch machen kann. So habe ich das damals auch gemacht. Ich habe kleine Tutorials durchgearbeitet und habe dann versucht, etwas Eigenes zu machen. Beispielsweise ein Tutorial für ein Spiel und dann eigene Grafiken verwendet, eigene Funktionen reingebaut und so weiter, bis es dann immer mehr zu meinem Spiel wurde. Und so etwas ist einfach tiptop klar. Das ist nicht ganz einfach. Da beginnt die Herausforderung, wenn du diesen Weg ganz alleine gehst. Aber das ist trotzdem ein super Weg, um einfach mal schön in das Gebiet reinzukommen und sich selber auszuprobieren und vor allen Dingen auch, um ganz, ganz viel zu lernen und wirklich eigene Sachen zu schaffen. Und wenn du das alles gemacht hast, dann bist du auf jeden Fall schon auf einem ganz guten Weg. Außerdem gibt es zu Schulzeiten ja auch noch so etwas wie Schülerpraktika. Das heißt, dass du als Schüler mal zwei Wochen irgendwo hingehst in einen Betrieb und dort etwas lernst. Da solltest du natürlich auch unbedingt in einen Softwarebetrieb gehen oder in einen IT-Betrieb. Etwas, was in die Richtung geht, was dich auch interessiert, was dich fasziniert und wo du vielleicht später mal arbeiten möchtest. Und auf jeden Fall gibt es dann noch eine ganz besondere Sache. Ja, die habe ich mir extra bis zum Ende des Videos aufgehoben. Und zwar habe ich ja gesagt, wir haben auch noch eine Ankündigung für dich. Und zwar starten wir jetzt unseren eigenen Schülerkurs. Ja, das heißt, neben unserer Hauptweiterbildung, die ja für Erwachsene ist, für Quereinsteiger, die gerne in den ersten IT-Job starten wollen, haben wir jetzt auch noch einen Schülerkurs. Das ist ein reiner Videokurs, wo wir dir alles mitgeben, womit du als Schüler am besten programmieren lernst. Das heißt, wir starten wirklich komplett bei Null. Wir bauen eigene Projekte, wir bauen Internetseiten, wir bauen aber auch Spiele. Ich zeige auch aus der IT-Security so ein paar Sachen, auch so ein paar Sachen, die natürlich nicht auf YouTube gezeigt werden dürfen. Ja, ein paar Hacks und so weiter. Und ich zeige dir auch, wie du gleich am Anfang die richtigen Weichen stellst und wie du es schaffst, in die IT zu kommen später, wenn du mal erwachsen bist. Und schreiben ja über Instagram, TikTok, YouTube und so weiter auch tagtäglich Schüler. Und wir haben alles, was du als Schüler brauchst und was sich die meisten Schüler wünschen, über Jahre aufgenommen, um jetzt diesen Kurs daraus zu schaffen. Das heißt, wenn du Lust hast, mehr in die Tiefe zu gehen, als wir das hier auf YouTube machen, wenn du Lust hast, eigene kleine Spiele mit uns zu bauen, die ersten eigenen Projekte zu bauen, wenn du Lust hast, auch später in dem Bereich zu arbeiten, dann empfehle ich dir, schau dir gerne mal unseren Videokurs an, den wir jetzt neu rausgebracht haben für Schüler. Wir haben Top-Bewerbungstrainer, Softwareentwickler, Produktmanager, die dieses Produkt mit mir gemeinsam entwickelt haben und alle Videos aus diesem Videokurs stammen von mir persönlich. Damit haben wir am Ende etwas geschaffen, was wirklich hilft und nicht etwas, wo du danach drei Videos nicht mehr weiterschaust. Natürlich ist es so, dass dieser Videokurs auch ein bisschen Geld kostet, denn wir haben da auch wirklich sehr, sehr viel Geld in die Produktion reingesteckt, um halt wirklich etwas richtig, richtig Gutes zu schaffen. Aber ich bin sicher, dass eure Eltern euch da auch unterstützen werden, denn hier geht es schließlich um Bildung. Und meine Mutter hat damals immer gesagt, bei Bildung unterstütze ich meine Kinder immer. Und ich bin mir sicher, dass viele eure Eltern das auch machen. Wenn dich unser Berufsorientierungskurs mit Schwerpunkt IT also interessiert, dann geh gerne mal auf deine Eltern zu und frag sie, ob sie dich dabei unterstützen. Und da musst du natürlich überzeugend sein. Wenn du sagst, hey, kannst du mir irgendeinen Kurs im Internet kaufen? Dann ist das nicht so gut, denn dann werden deine Eltern natürlich sagen, hä, wieso sollte ich jetzt irgendeinen Kurs kaufen? Nee, mache ich nicht. Wenn du aber deinen Eltern sagst, hey, ich möchte einen Berufsorientierungskurs machen, ich muss mir langsam Gedanken machen, in welchem Bereich ich eigentlich arbeiten möchte, IT ist das Gebiet, was mich am meisten interessiert, dann kommt das schon viel besser bei deinen Eltern an. Zeige deinen Eltern also auch gerne dieses Video oder zumindest den Teil des Videos, der jetzt folgt, denn der kommt extra für deine Eltern. Und schreibe dir natürlich die Argumente, die ich jetzt nenne, auch nochmal auf und geh damit zu deinen Eltern, denn dann wissen deine Eltern auch, um was es in diesem Kurs geht und dass es wirklich etwas Sinnvolles ist. Liebe Eltern, das hier ist jetzt für euch. Euer Kind möchte einen Berufsorientierungskurs machen. Hierbei handelt es sich um einen Videokurs, der genau den Teil ergänzt, der in deutschen Schulen leider häufig fehlt. Und zwar der Einstieg in die IT nach der Schule. Und hier gibt es sehr viele offene Stellen. Schaut euch beispielsweise mal die Bitkom-Studie an. In den Schulen wird viel zu wenig darauf vorbereitet. In fast jedem Beruf in der Zukunft werden große Teile aus diesem Kurs hier gebraucht, auch wenn euer Kind später mal nicht in die IT will. Der Kurs kostet so viel wie sechs bis sieben Nachhilfestunden an 30 Euro. Also nicht die Welt. Während Nachhilfestunden aber häufig nicht so viel bringen, weil sie häufig auferzogen werden, hat euer Kind hier ein intrinsisches Interesse, eine intrinsische Motivation. Sonst wäre euer Kind ja nicht auf euch zugekommen und hätte euch dieses Video gezeigt. Besser geht es doch nicht. Das Ganze bringt also viel, viel mehr für die Zukunft. Freut euch, dass euer Kind mit so etwas auf euch zukommt, anstatt jetzt mit einem neuen Computerspiel oder sowas, was ihr kaufen sollt. In diesem Kurs lernt man auch, sich zu bewerben für Schülerpraktika, aber auch für richtige Praktika und wie man eine gute Ausbildungsstelle bekommt. Wenn euch das Ganze interessiert, dann schaut gerne mal auf unsere Internetseite. Da haben wir nochmal ein Video, wo der Kurs erklärt wird und da fassen wir auch alle Informationen über unseren Berufsorientierungskurs für Schüler noch einmal zusammen. Das Ganze kann man natürlich auch neben der Schule machen und wenn du das Ganze neben der Schule machst, dann dauert die Bearbeitung circa sechs Wochen. Aber du bist dann natürlich komplett frei in deiner Zeiteinteilung. Wenn du dich also für unseren Videokurs Berufsorientierung IT für Schüler interessierst, dann klicke gerne mal auf den Link oben in der YouTube-Beschreibung. Da haben wir dir alles Relevante verlinkt. Sich extra Unterricht zu holen, sich extra weiterzubilden, macht auf jeden Fall langfristig, auf jeden Fall Sinn, wenn du in Richtung IT gehen möchtest. So wie übrigens auch bei den meisten anderen Bereichen im Leben. Extra Videokurse sich holen, extra Weiterbildungen zu machen und so, ist einfach ein ganz wertvolles Tool und wenn man in Bildung investiert, dann lernt man meistens richtig, richtig viel dabei und vor allen Dingen ist es halt etwas, was einem ein Leben lang weiterhilft. Fragen beantworten wir natürlich auch unter diesem Video hier zu dem Kurs. Der Kurs ist schon seit einem Jahr in meinem Kopf und seit einem halben Jahr bin ich echt mit unserem Team hier richtig hart am Arbeiten, um diesen Kurs für euch zu erstellen und um es wirklich richtig Großartiges zu schaffen mit richtig tollen Projekten, die man auch einfach umsetzen kann. Und ansonsten fasse ich dir natürlich das Wichtigste nochmal zusammen, wenn du jetzt gerade starten möchtest. Punkt Nummer 1 ist, starte nicht mit Büchern. Punkt Nummer 2 ist, starte mit HTML, CSS und JavaScript. Egal, wenn du mit anderen Programmiersprachen später arbeiten möchtest, das ist trotzdem der ideale Einstieg. Punkt Nummer 3, Motivation ist super wichtig, das heißt, schreib dir unbedingt auf, warum du das machen möchtest und was du genau machen möchtest und was überhaupt deine Ziele sind und Punkt Nummer 4, mache ein paar Tutorials und programmiere die wirklich nach. Punkt Nummer 5, eigene Projekte und Punkt Nummer 6, Weiterbildungen. Wenn du wirklich in dem Bereich richtig gut werden möchtest, musst du Weiterbildungen machen und da habe ich dir meiner Meinung nach das Beste erstellt, was es auf dem Markt gibt. Ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video wieder. Mach's gut, dein Yunus. Ciao.